Mehrere Bundesländer verschärfen Corona-Regeln. Unter anderem in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern werden von heute an Kontakte im privaten und öffentlichen Leben weiter eingeschränkt. So soll die Ausbreitung der sehr ansteckenden Omikron-Variante gebremst werden. Wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland. Vielen Kliniken geht es offenbar so schlecht wie seit mehr als 20 Jahren nicht, trotz staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das aktuelle Krankenhausbarometer. Neuer Termin für NATO-Russland-Rat. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das Gremium für den 12. Januar einberufen. Russland hat noch nicht zugesagt. Die Gespräche liegen wegen des Ukraine-Konflikts seit 2019 auf Eis. Massive Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine hatten Befürchtungen ausgelöst. Russland plane einen Angriff. Außenministerin Baerbock fordert schärfere Regeln für Rüstungsexporte. Die Ampelkoalition arbeite an einem Kontrollgesetz, das die Kriterien für Exportgenehmigungen deutlicher machen solle, sagte die Grünen-Politikerin. Die schwarz-rote Vorgängerregierung hatte kurz vor Ende ihrer Amtszeit Rüstungsexporte für fast 5 Milliarden Euro genehmigt. Dammbrüche im Nordosten Brasiliens. Etwa 60 Orte sind laut Behörden durch die Wassermassen überschwemmt worden. Rettungskräfte würden Menschen in besonders betroffenen Orten in Sicherheit bringen. Seit Wochen gibt es in der Region starke Regenfälle und Erdrutsche. 18 Menschen starben dabei. Und das Wetter. Vom Nordwesten bis in den Südosten glätte Gefahr durch gefrierenden Regen und Schnee. Im äußersten Nordosten freundlich, im Südwesten später neuer Regen. Höchstwerte minus 5 bis plus 11 Grad.